Liebe Musikfreunde, wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Nach der grandiosen Zusammenarbeit mit Ralf Siegel, nach der offiziellen Ernennung durch Jürgen Dreefs zum Prinzen von Mallorca, kommt nun der absolute Super-Coup. Markus Kuno steht zusammen mit Court in the Act auf der Bühne. Diese Aktion wurde im Übrigen durch Markus Kuno bei der RTL 2 Trödeltrupp Auktionsnacht ersteigert. Court in the Act wird zusammen mit Markus Kuno seinen eigenen Hit live auf der Bühne performen. Produziert wurde dieser im Übrigen durch einen langen Weggefährten von Dieter Bohlen, nämlich Ambrogio Corte. Und nun wünschen wir viel Spaß bei dieser außergewöhnlichen Aktion, wie immer von Markus Kuno, dem Prinzen von Mallorca.